Sebero Review, wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Dark Blend Preis. Setup Empfehlung, Funnel, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Funnel, wäre Setup Empfehlung aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Ich habe mich für den Sebero Omsk entschieden, das ist Johannisbeere und Rhabarber und den bauen wir uns jetzt. So, so der Kopf jetzt aus, ich habe den locker flockig gebaut, natürlich wieder auf Kontakt und sollte auf jeden Fall sehr, sehr gut schmecken. Geschmack vom Omsk, ich nehme nochmal einen Zug, das ist wirklich krank. Es gab ja schon ein paar Mal Flavor, wo auch Rhabarber mit drin war. Aber so intensiv und so krass, wie das bei dem Omsk der Fall ist, war das noch nie. Also das ist der erste ernstzunehmende Rhabarber Flavor und für mich überwiegt auch Rhabarber. Und die Johannisbeere kommt für mich so da mit rein, mit so einer schönen Säurenote noch im Hintergrund. Aber geschmacklich würde ich sagen, sind das vorneweg 60, 70 Prozent Rhabarber. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Rhabarber schmeckt. Jetzt pur, ultra geil, ich hatte auch schon sehr leckere Mixes, also für mich Omsk, wie der Alex so gerne sagt, S-Tier-Flavor, definitiv für mich. Ja, schließe ich mich wie gesagt schon an, absoluter S-Tier-Flavor für mich. Ich finde Rhabarber und Johannisbeere eher so ein 50-50-Verhältnis, vormundig eher süß gehalten. Diese leichte Säurenote kommt im Hintergrund, aber ich finde grundsätzlich den Omsk einfach wunderbar. Kann man pur rauchen, aber gerade in Mischungen performt er einfach. Weltklasse. Also ich muss wirklich sagen, der Flavor ist erstens sehr, sehr gut gelungen. Also das, was da draufsteht, ist es auf jeden Fall. Sibiro hat den Rhabarber Flavor sehr stark getroffen, muss ich sagen. Und der bleibt einfach auf der Zunge. Und das Ding bei dem Flavor ist, der ist nicht so krass süß, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Und das finde ich stark. Also für die Leute, die es nicht so süß mögen, könnte das wirklich was sein. Das sind unsere drei Fazits zum Omsk. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.